Hallo, da sind wir wieder. Karagor Raubzug. Weil der Karnaufzug geht ja auch nur 10 Minuten. Denk ich mal. Ich weiß es nicht. Nein, der ist stark. Tötet alle Orks. Lasst Karagor leben. Vielleicht nützlich. Hallo. Deine Zeit ist gekommen. Und daran kannst du gar nichts ändern. Buk, 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 buk. Ich will mein neues Dickerchen als... Leibwächter. Bruk. Bruk. Ich fühle mich schon gleich viel sicherer. Ja, ich habe nur ein Freund. Karagor ist noch rein. Er ist halt ein Cargo-Freund da hinten, ne? Guck mal, die zwei sind immer eingesperrt. Die armen. Unser Typ, der hinten kämpft, ist auch nicht schlecht. Dafür, dass er gegen den Starken kämpft. Er lebt so wenigstens noch. Die Klappe. Oh, jetzt ist er aber gleich tot. Er lebt noch. Er lebt nicht mehr. Ich hab vergessen, dass das der Auftrag war, ihn zu beschützen. Du warst echt lange auf dem Cargo. Er teilt halt mega aus. Unser Typ scheint besser zu sein. Hä, ich wollte eigentlich ausweichen. Die sollen wir ein bisschen zurückziehen. Die anderen nicht Drecksarbeit machen lassen. Sag doch nicht sowas. Und jetzt geht es dann wirklich zu Kahnan wieder. Kahnan, 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 wo bist du nur? Ein Sprändchen. Haben wir schon vorgelesen? Brauchen wir nicht. Auf geht's. Sie haben es auf Kahnan abgesehen. Dann müssen wir ihre Totems vernichten. Hey, das sind ganz andere Aufträge, wie ich dachte. Ich dachte, dass das hier das rumfliegen. Das hier sieht schon mal einfacher aus von Anfang. Könnte natürlich auch trotzdem schwer werden. Ich bin ein bisschen verflucht, ne? Boah, die werden immer mehr. Alter, ich hatte ihn schon gereinigt. Eine Sekunde hat auch gefehlt oder so. Diese Magie vergiftet den Wald. Sie vergiftet Kahnan. Ja, ich hab mir schon geholfen. Eine ist kaputt. Der Wald brennt. Der Wald brennt. Wir haben auch gar nicht den Kahnan Auftrag gemacht. Ich dachte, wir hätten den schon gemacht. Das ist mit diesem Drachen was aber nicht. Ich hab bestimmt zusammengehängt, die Aufträge. Aber der ist auch cool. Der Wald brennt. Wir müssen den auch beschützen. Hilf mir doch mal. Der Wald brennt. vernächte die Toten, Untote! Den zweiten gereinigt. Wo kommst du? Was? Die Spinne lebt noch. Ich mag keine, oder? Oh, dieser Fluch. Vor allem zieht er voll viel. Diese Zombies kann man nicht übernehmen. Die haben anscheinend so eine Dingheit im Kopf, dass man es nicht machen kann. Los geht's. Kommst du? Zum Letzten. Ich bin gespannt, wo Khan ist und was jetzt passiert. Hallo. Hä? Ich darf nicht halt den Geduld. Ich hing in dem Stein, oder was? Schädelbrecher abgeschlossen. Oh, ich mach eh schon. Hä, der war doch schon auf unserer Seite. Wir haben den großen Baum gefunden. Alle Fackelträger zur Lichtung. Fäulnis in der Luft. Von Flammen verzehrt. Wir müssen zu Karnen zurück. Sofort. Komm, schnell. Karnen liegt in Flammen. Das Feuer bringt sie zum Zweigen. Das ist der Grabwander. Er steht mit der Herzen. Sieht deinen Willen ab. sofort. Er steht mit, Schuss. Ich schätze. Schöne. Mann. 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 Wunderschön! Fleisch im Wald leeren! Fleisch, ihr Bauch und Brut! Jetzt sind wir drauf! Wir kämpfen für das Leben! Ey, da hinten, wenn er nicht so chillen würde! Nein, Karne, es ist verbrannt! Es liegt an dir, Tarion! Es liegt an dir, Tarion, du hast den Baum nicht beschützt! Wenn der Typ mal gekommen wäre, hätten wir auch mehr Zeit gehabt, diese Dioden hier zu besiegen. Ey, wenigstens kommt der jetzt diesmal gleich. Sag mal, kämpfst du eigentlich auch oder guckst du nur zu? Ja, was soll ich denn machen? Guck mal, das sind so viele! Lass mich doch mal in Ruhe! Ach, Mann! Lass dein Mensch sein, Luchs! Das ist genau so ein blöder Auftrag wie mit dem Drachen. Warum stirbt denn Karne immer so schnell? Wehr dich doch, komm raus und wehre dich! Ich glaub, so geht's am schnellsten. Ich glaub, so geht's am schnellsten. Ich glaub, so funktioniert denn. Wirklich funktioniert. Lass mich doch mal in Ruhe! Hey, spring doch nicht immer auf die Köpfe von den Idioten! Schlitz doch mal schneller! Der Baum brennt! Wie viele kommen denn da noch? Ich hoff mal, dass das jetzt die Letzten sind. So geht's. Ich komm zu dir, Körnen! Alles ist verbrannt. Verzehrt. Der Wald ist gerodet. Sie werden nicht zurückkehren. Verflucht ist Sack von wildem Hunger. Ein Pakt unerfüllt erweckt ihr Targorod. Targorod ist nicht mehr, und das dank dir. Gib Acht auf Land und Luft. Brüder der Verderbnis halten dämmernd wach. Feuer wacht aus Eis. Wenn Sack den Balrog erwecken kann, wird er sein Leibeigener. Und seine Macht wird ihm gehören. Wir müssen ihn stoppen. Du wirst uns nicht begleiten, nicht wahr? Der lange Wind ruft meinen Namen. Doch wie kann... Der Wald von Körnen muss Ruhe finden. Körnen muss ruhen, oder wird zu Asche. Der Kreis darf nicht gebrochen werden. Es wird es nicht. Es wird es nicht. Cool. Der Wall brennt und wir haben lauter Neuaufträge. Willst du mich verarschen? Weil, das heißt, dass wir wahrscheinlich nochmal gegen den Balrog kämpfen, um Zock zu besiegen. Also dieser Zock, der ist ein bisschen neben der Spur. Der versucht für Sauron wirklich, das Böse auf seine Seite zu ziehen. Was war das hier? Krauk oder... Alter, wegen so einer Ecke kommt er nicht durch Ghoul-Jagd. Weil wir haben hier noch ein paar Minuten. Läschen wir das Licht und auch gleich alle Ghoul aus. Besonders die Matronen. Aber noch so laut. Weil ich will in den Videos immer ein bisschen lauter drehen. Weil es sind ja auch geile Videos. Also, die Videos sind mega gemacht. Das Spiel macht richtig viel Spaß. Sonst hätten wir jetzt auch nicht so viele Folgen gemacht. Auch extra jetzt doch am Ende. Auch jetzt diese Aufträge. Es geht jetzt ins letzte dritte beziehungsweise ins letzte mehr, weil es sind ja wirklich nur noch minimalisch Aufträge. Krass. Toll. Ich habe mir deinen Knie. Boah. Boah, Schlitzer. Unser Typ macht mehr Schaden als mir. Also, ich will unseren Typ nicht als Gegner haben. Bin ich ganz ehrlich. Unser Typ als Gegner. Wir haben ein Riesenproblem. Ach, diese Namen. Zu Glück gab der Grubenhüter mir einen vernünftigen Namen. Uga Kuga. Uga Kuga heißt der. Uga Kuga. Also, das ist kein vernünftiger Name, mein Freund. Warum sind die Grubenhüter eigentlich so komisch und klingen? Habt ihr das gehört? Der dunkle Herrscher. Der muss ja noch ein bisschen warten auf uns. Wir sind so halb auf dem Weg. Aber auch halb und wieder nicht. Hinrichtung. Ich wusste, ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Du hinterlässt die Geratte. Niersch. Ich töte dich noch nicht. Erst wenn deine Jungs drin waren. Ich verstehe mich noch. Ja. Du hast es trotzdem. Boah. Dieser Deck ist wertloser als Tags wie du. Und ich werde allen zeigen, wie wenig das ist. Nein, du bist mehr tot als lebendig! Du übrigens auch. Ich glaub, den hat's erwischt. Wir haben von einem verloren, egal wie schwach er ist, nimm er sich nicht. Nee, mach ich eh nicht. Ich komm irgendwie immer wieder zurück. Nimm das! So, ich bin noch gar nicht fertig. Aufträge! Feuer auf dem Eis! Nach Sergiost! Wenn Sorg Targorod er weg kann! Targorod! Targorod! Da oben glaub ich! Ha 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 ha! Ja! 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 Neue Aufträge verfügbar! Och man Jetzt haben wir wieder so viele Aufträge, die wir machen müssen Ich weiß nicht Ich habe gesagt, dass ich diese Aufträge nicht mache Dann sehe ich sie auf der Karte und sage mir immer Mach sie, top Du willst das Spiel weiterspielen Mach sie, mach sie, mach sie, sonst ist es gleich vorbei Und dann spiele ich doch weiter, 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 weiter Ich will nicht, dass es vorbei ist Ich will weiterspielen Ich will nicht, dass das Spiel beendet Diese Made kommt jeden Augenblick zurück Verfolgt von einem Grauk Das wird ein Spaß Für uns Der Grauk verfolgt mich Lustig, aber auch bescheuert Du bist ein bisschen giftig Ich glaube, durch unsere neue Ausrüstung ist man ein bisschen stärker geworden Bin nur nicht sicher, ob du deine Rolle verstehst Meine Rolle ist dich zu Töten Geh doch mal aus dem Weg Geh doch mal aus dem Weg Noch mehr Aufträge Wir wollen doch einfach nur Richtung Finale Wieso gönnt ihr uns es denn nicht? Unsere Armee war fleißig Und irgendeine Infildentür müssen wir noch öffnen, meines Erachtens Die Frage ist nur, welche? Ja gut, wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir die Infildentür alle kurz vorm Finale geöffnet Weil wenn du die Infildentür Level 1 öffnest, ist es eine Level 1 Ausrüstung Wenn du diese Level 50 öffnest, ist es theoretisch eine Level 50 Rüstung Level 1 ist an Scheiße, Level 50 geil Hm Weiß man ja vorher nicht Oh, Level 49 gegen Level 49, was ist hier los? Lass mich frei Sonst tue ich dir furchtbar grausame Dinge an Sieh mal an Ein toter Uruk, der noch redet Diese feigen Magen können warten Zuerst ist dein Kopf dran Lass mich doch mal aus dem Spiel Oh Mann Vorbei Der ist verdammt 4000 EP, cool Seh ich gerne Was bringt der da? Weil der hat ja noch Level mehr Komm jetzt Gift Zeig was du kannst Was ist das für einer? Was ist das für einer? Ne krass Töte Ghule, nimm dich daran Ghule zu töten Ach Mann Ich komm glaube ich nie ins Finale Weil hier immer irgendwelche Aufträge sind Diese Elbentugend wurde von den Juwelenschmieden im zweiten Zeitalter sehr geschätzt Besiege 40 Ghule Verwende nur 5 Pfeile Gibt es hier irgendwie Gibt es hier irgendwie Ah ok Heißt wenn ich jetzt in einem Markkampf weiter mache Verwenden wir natürlich keine Pfeile Dann hätten wir zumindest wieder Silber Ja Ja Da ist es Das ist Wie knapp war das denn? Das sind aber mehr als sechs. Das waren weitaus mehr als sechs am Ende. Cool. Wieder auf Silber was abgeschlossen. Meine Schmiede und ich schufen viele Wunder. Gut, für Gold hätte ich wahrscheinlich dann irgendein... ...ding angreifen sollen. Hannes. Aus dem Verborgenen zugeschrieben, du Ollokai aus den Schatten tötest. Interessant anzugucken, aber... ...jede Zusammenarbeit brachte uns der Perfektion näher. Ich will nicht mehr. Ich will diese Aufträge nicht. Ich hasse sie. Andererseits, ich würde es gerne probieren. Wir machen jetzt gleich... ...dein Ernst. Da hängst du jetzt grad echt... ...ich sag dazu jetzt mal nix. Du! Da ist die Made! Versuch mich zu fangen! Das sieht so bescheuert aus, ne? Wo läuft der denn hin? Hier drüben sind da die... ...leute von uns, ne? Da? Mir helfen wir, damit es schneller geht. Geschichte würde ich gern weitermachen. Tödlicher Schlag! Ich werde nicht sterben! Doch! Später sind's gleich! Nein, er passt hier noch an! Ich werde nicht sterben! Ja! Super! Scheid für mich! Wie er rumfliegt von so einem Pfeil. Voll überdrehen. Geh doch mal weg. Ich will das da aufnehmen. Und jetzt feuerfrei. Das Feuer auf dem Eis. Das riecht nach Ballrock. Bevor er es erweckt. Und die Frage ist. Letztes Mal haben wir nur mit Kahn gewonnen. Wie können wir einen Ballrock jetzt besiegen? Alleine. Zock ist fest entschlossen, den Ballrock aus dem gefrorenen See von Serios wieder aufstehen zu lassen. Das darfst du nicht zulassen. Belohnung, Verbesserung, Drachenbeherrscher. Dann sind die Drachen noch stärker. Das Ritual hat begonnen. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Tageroth. Wir rufen dich aus deinem Grab. Erhebe dich und schließt uns. Du wirst das Ritual nicht stören. Oh, das ist ein starkes Wort. Der Drachen wird sich erheben. Doch nicht für Sauron. Er dient in meiner Armee. Eine Legion der Toten. Besser als alle Armeen Mordors. Jeder wird sie kommen hören. Denn sie rufen meinen Namen. Schöpfen, 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 Schöpfen! Schöpfen hier ben. Schöpfen, schöpfen. Wir werden natürlich von ihm hier versucht abzulenken. Er ist aber auch so stark. So, eins haben wir. Den zweiten Hammer. Aber ich habe gar nicht unseren starken dabei, das ist vor dem anderen Land. Scheiße. Aber Zauk kriegt ganz schön Damage, muss ich sagen. Nein. Wir müssen aufpassen, weil am nächsten Mal sterben wir glaube ich. Ich weiß es gerade selbst nicht. Zauk lebt immer noch. Nein. Nein. Tschüss. Schilligo. Komm jetzt aber. Ja. Geht doch. Wie gefällt dir der Tod? Die Tod sind weg. 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 Er bekommt gut Damage. Boah. Boah. Zocki. Ich habe jetzt alles kaputt gemacht. Ich will jetzt nicht, dass du es hier irgendwas machst. Böser Zocki. Ich weiß. Ich weiß, deshalb mache ich es ja. Und du bring ihn um. Zum Schluss. Zocki. Wieso? Jetzt ist es mit dir. Yeah, Verbrenner am Boden. Zocker hat uns ja auch schon mal getötet. Der ist gut. Du kannst uns nicht alle. Fern. Ja, die Trudeln sind weg, hier passiert nicht mehr viel. Heldenlicht. Mach es doch! Er macht ja kein Emellicht. Er hat seine Spezialmove zu früh eingesetzt. Schatten daaaack! Die kann mich auch auf Steven. Ja, das ist gut. Ich bin der Fluch. Der Dunkel. Und nicht einfach ein Fag. Wack! 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 Zweck los! Tja, tja, tja Wir bekommen ja aber irgendwie keinen Schaden mehr, oder? Eins hat, was jetzt mein Karabero liegt. Boah. Ja, du bist auch verflucht. Du solltest mal langsam mal wieder Schaden nehmen. Ja. Aber trotzdem keinen Schaden genommen. Warum? Ich krieg ihn nicht weiter runter. Das bleibt irgendwie jetzt die ganze Zeit bei dem HP. Ich krieg ihn nicht weiter runter. Schatten eingreifen. Schattentöter. Aber es geht nicht runter. Boah. Ja, ich sterb gleich. Ewig langer Kampf. Und am Ende verliert man, weil man ihn nicht. Ich wüsste aber nicht, was ich anders machen soll, weil ich kann ihn ja nicht töten. Ich kann ihn nicht töten. Er hat sich allen angepasst und hat keinen Schaden mehr bekommen. Ich hauchte den Tod leben ein und du ruinierst es. Ich war mein Meisterwerk. Und du zerstörst es. Dafür wirst du sterben, Grabwandler. Oh, da muss man ihn besiegen, bevor man die anderen Dinger da benutzt. Und du wirst. Und du wirst. Und du wirst. Ich kann zwei Leibwächter. Ich kann nur einen haben. Versiege, zack. Diese Anzeige hatte ich vorhin gar nicht. Kann es sein, dass vorhin einfach ein bisschen verpackt war hier alles? Guter Start. Weil ich hatte vorhin gar nicht diese Zock-Anzeige. Und jetzt sind auch wieder diese ganzen Gräben an. Also ich glaube, dass Arme einen kleinen Magna geflogen hat. Alter! Was geht mit ihm? Der Nachteil ist natürlich, dass er keine Leute mehr hat, wo ich mich hochheilen kann. Dein Pfad ist meins! Dein Pfad ist meins! Geht mir nicht! Geht mir nicht! Geht mir nicht! Geht mir nicht! Das war mein Meisterwerk und du zerstörst. Dafür wirst du sterben, Grabwandler! Du musst nicht wieder sterben. Dies machen wir nicht vereist. Alter, diesmal ist der Kampf voll leicht. Alter! Einmal ist er voll richtig stark, auf einmal ist er scheiße. Kann gar nichts. Ich glaube, der Balrog kommt. Balrog? Doch kein Ding. Ich hätte gedacht, dass es schon zu spät war, dass er jetzt aus der Erde rauskommt. Neue Verbesserung Drachenlied. Aktiviert diese Versuchung mit links einen Drachen herbeizurufen. Wie cool ist das denn? Ich sehe noch keinen Drachen. Dann haben wir jetzt hier unten noch einen Auftrag. Und dann... Würde ich sagen, gehen wir ins Finale, ne? Hm? Ein Kack! Es ist zu lang her, dass ich einen Tag gehäutet habe. Oh, das sieht so geil aus aus der Eishöhle. Wir egal wen. Hallo. Ich bin's. Das ist das weg. Genau. Ich bin's. Dann haben wir mit einer Kasselgegegeheizung. Bitte. Das ist der Grund. Die Vorderung. Vielen Dank.